So ihr Lieben, heute haben wir uns entschieden, hier drüben ganz gemütlich noch ein Gläschen Wein zu trinken und daran möchte ich euch natürlich ganz gern teilhaben lassen. Vor allem habt ihr das noch gar nicht gesehen, wie es total schön die ganzen reparierten Lichter jetzt aussehen. Es gibt nämlich nicht ein einziges Licht, weil die alle voll Wasser gelaufen sind. Jetzt hat der Herr des Hauses das alles schön repariert und das sieht einfach nur total gemütlich aus. Und jetzt habe ich auch die Beleuchtung im Grill. Also es ist einfach nur total schön. Also wie gesagt, wenn jemand von euch gerne die Ferienwohnung buchen möchte, ist der Link unter dem Video. Und dann freue ich mich natürlich auf eure Buchung. Bis dahin, einen wunderschönen Abend für euch. Untertitelung des ZDF, 2020